Moin und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64, ich wollte gerade FIFA sagen, das ist schon so eingeprägt, ähm, boah, da ist was, Leute, habt ihr es gesehen? Es war ja klar, dass da was drauf ist, aber da komm ich, ach, das ist Diddy, da fliegt man mit Diddy, glaube ich, durch die Gegend, stimmt, du hast recht, du hast recht, Enrico. Ähm, was machen wir jetzt? Joa, wir gehen ein bisschen weiter, würde ich sagen, ne, kam ich von da? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, von da kam ich, und dann gucken wir uns mal in diesem wunderschönen Level um, oh, hier ist dieser Tisch, jawoll, dann aktivieren wir doch mal was, meine Freunde, Stimmen wir mal negativ die Gewichte, indem wir uns einfach da raufstellen. Wo ist das denn? Blau. Er ist blau. Okay. Die ist merkwürdig. Achso, aha, ich hab ne Idee. Liebe Freunde, ich hab ne Idee. Es ist, äh, denkt man erst, das ist tricky, aber... Man kann einfach so machen, bestimmt. Ähm, so. Das war nicht geplant. Hä? Sie geht doch direkt drunter. Warte. Warum ist diese Wand so? Schade. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht weiß, wie das geht. Äh. Aha, also, das muss daran liegen, aber wie kann ich den denn einfach abwerfen, ablegen? Oder muss ich da... Boah, ich kann da so... Äh. Okay, okay, okay. Ich dachte, ich kann das mit... Ja, sag ich doch. Lass mich. Hä? Hä? Äh, das ist es auch nicht? Es ist nicht richtig. Warum geht das denn nicht? Hä? Als ob das jetzt falsch ist. Oh, was ist das denn? Ah, mit Tiny. Yo, jetzt geht mir der Saft aus, weil ich nicht weiß, wie das geht, oder was? Ist ja nervig. Das war doch komplett locker richtig mit diesem Stein. Mann, ihr seid nervig. Das ist doch jetzt verarscht, oder? Ich hab das doch locker... Der hat das einfach nicht abgelegt. Hm. Das lässt mir keine Ruhe. Das muss ich jetzt hier irgendwie machen. Hm. Kein Plan. Dachten die, die können mich verarschen hier, ey. So. Das war jetzt aber auch... Komm, das muss so geplant sein, weil... Anders kann ich mir das nicht erklären. Wo ist der Stein nochmal? mal. Ich hab nur noch drei. Zwei. Alter, es geht viel zu schnell. Eins. Oh mein Gott. Ich werde jetzt einfach klein. Nein. Ich hab keine Kristallkokosnüsse mehr. Ach, ist das scheiße. Oh nein. Als ob die Idee falsch war. Jetzt mal ohne Witz. Als ob die Idee falsch war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wozu ist dieser Stein sonst so random da? Na gut, dann werde ich wohl mal eben Tiny rausholen. Oh, hier ist ein Kokosnüsse. Muss ich jetzt erstmal ein paar sammeln wieder, bevor ich das mache. Ach, das ist für Diddy Kong. Hm. Ah, Chunky. Hier hast du eine Chunk-Mail. Was geht ab? Mit Chunky komme ich da so nicht rüber, oder? Mach ich jetzt einfach, weil ich mir das erlauben kann. So. Boah. So. Kartoffelsalala hat... Oh, nein. Nein, 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 nein. Das ist grün. Das ist grün. Jawoll. Noch so eine. Ha. Stör auf, mein Freund. Dafür habe ich gerne die Viertelmelone aufs Spiel gesetzt. Tiny Kong kann klein sein. Kann leider nur nicht hoch. Wie kommt die denn da rauf? Die muss ja da rauf. Da ist ein Loch oben auf dem Dach. Ich weiß das noch. Didi-didi-didi-didi-didi-didim. Oder wie soll sie das machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist alles schwieriger, als man denkt. Ah, hier kann man auch Posaune spielen und so. Alles klar. Ha, Überraschungsattack. Hat er wohl gedacht. Oh, da oben ist was. Mit Chunky so eine athletische Meisterleistung zu vollführen ist gar nicht so easy, glaube ich. Klatsch. Oh nein, es ist kaputt. Wie soll ich denn da ran? Und? Hey, was für eine Aktion. Schon wieder. So, da die Sonne blendet. Nein, ist nicht wahr. Den ersten habe ich nicht erwischt, oder was? Nein, jetzt muss ich das nochmal machen, oder was? Athletische Meisterleistung. Jawohl. Boah, hier gibt es doch so viel. Krass, ey. Das ist krass. So, und wie kriege ich da jetzt irgendwen raus? Vielleicht mit der Triangel. Steh auf! Oder schlaf ein. Das klingt eher nach immer so ein Schlaflied, der Triangel. Wie kann ich was für dich tun? So vielleicht? Hätte ich jetzt gedacht. Krass. Kein Plan. So. Haben wir auch Tiny? Die hat ja auch nichts hier. Okay. gemacht bis jetzt. Nimm das, mein Freund. Sehr schön. Hier war so ein Eingang. Alles klar, die sind zu. Das heißt, es gibt immer nur einen Endgegner pro Level. Das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Da hinten, Mann. Da hinten. Steigt ihr aufs Dachgebäude? Ach nee, dafür brauche ich erst mal... Ich gehe jetzt trotzdem hier rum. Mal gucken, ob hier ein paar Bananas sind oder so. Posaune brauche ich. Wenn ich eine Posaune entdecke, ich werde einfach direkt den Charakter wechseln. Und das mache. So, Lanky. Zeig mit deinen Lanky-Pranky-Armen mal, was du drauf hast. Genauso. So, wunderschön. Dann stellen wir uns hier hin und spielen die Trompete. Posaune. Sorry. Da muss er da schon ein bisschen korrekt bleiben. Hä? Das ist die Trompete. Posaune. Hä? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Null. Jetzt habe ich null. Ich dachte auf so ein Instrumenten Ding. Ist das egal? Das will mich doch verarschen, Leute. Hä? Hä? Das ist nicht cool. Oder ist das Tiny's Musik? Was hatten die noch mal für ein Musikinstrument? Wer ist das Tiny's Musikinstrument? Ich trotte. Aber Lila. Ja, Lila. Klar ist das Tiny's. Candy macht das mit den Musikinstrumenten. Ne? Wo ist die eigentlich? Habe ich schon hier Musikinstrumenten? Nö. Dürfte ich eigentlich eigentlich jetzt auch schon längst bekommen können. Candy, wo bist du? I take you to the candy shop. Make you like a lollipop. Kartoffelsalat. Wo war das? Ey, ich wollte gerade sagen, das war so knapp. Aha. Hier ist auch noch mal was für Tiny. Tiny ist so manövrierfähig. Sie sieht so aus, als wäre sie glücklich wäre, einfach auf der Welt zu sein. Ach joi, lass mal hier rumlaufen. Ist geil. Macht voll Spaß und so. Kein Problem. Rote Bananen stehen für Dildi. Gucken. Rote Bananen. Ja, 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 ja. Gib mir das hier. Das sieht gut aus. Hm. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber schön, dass man hier ein bisschen rumlaufen kann und was entdecken kann. Das heißt, ich habe da hinten eben auch was, welche vergessen wahrscheinlich. Bananen. Nicht runterfallen. Danke. Du bist doch beweglicher als alles andere. Boah, Alter, ist das anstrengend. So. Wir haben mit ihr jetzt ja auch ein paar. Boah, auf jede Palme hier, oder was? Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Lila Bananen, sie sind super. Das macht Spaß. Lila Bananen sind super, klasse. Ich gehe dir auch hoch, das tat weh, aber ganz schön doll. Ah. Das heißt, ich muss da jetzt rauf und dann geht's ab. Aber die Feder fällt da noch runter eben. Kein Problem. Das regeln wir. Warum bist du so, ach so, weil du dein Schießgerät hier doch hast. Sag nicht, das geht wieder zu, nur weil ich jetzt so lang gebraucht habe. Ist ja heftig. Dann drehen wir uns um, schießen dann. So. Direktly rein in das Vergnügen. Sie kommt so rein, so, hm, ich bin der Boah. Ach, das ist das wieder mit diesen Raketen, Alter. Das kann ich auch, mein Freund. Ha, stirb. Die Federn fliegen echt schnell, tatsächlich, finde ich. Ach so, habe ich schon. Schade. Oder gut, je nachdem. Das sieht aus, als würde es da weitergehen, deswegen gehe ich jetzt hier lang. So. Oder ist das einfach nur, ich höre hier so eine dreckige. Okay, machen wir das was anderes. Gehen wir jetzt hier so klein, fein und herzensrein. Gehen wir in das Löchlein rein hier. Okay, das ist nicht das, was ich erhofft habe. Das ist nur so eine dumme Fee. Was auch immer die wieder bedeuten mag. Das kann ja nicht speziell was mit Tiny zu tun haben, weil das gibt es ja in einem Areal, wo nur ich mache mich mal groß eben. wo nur Lenky hinkommt. Seid es gibt so spezielle Tipps und Tricks dafür, aber ich nehme an und einfach, das hat irgendwas anderes zu sagen. Was ist das hier mit diesen Schriftrollen immer? Hier ist ja gar nichts. Merkwürdig. Kann man das auch nicht auf, äh, hier kann man auch nicht wieder groß werden. Hallo, Dankeschön. Oh ja, klasse, danke. Voll ins Gesicht, man. So geht man aber nicht mit einem kleinen Mädchen um. Wir müssen noch Candy finden. ich posaue da rum wie so ein Idiot, ey. Nimm das, mein Freund. Ah, zwei. Oh, knapp beide. Ach, verdammt. Knapp verfehlt. Ist auch vorbei. Passt schon. Kein Problem. Mein Granaten werfen da, Freund. Ah, Wespen sind immer doof, ey. Nimm das, Donkey Kong. Ach, jetzt muss ich wieder abhauen, weil jetzt werde ich sonst wieder abgeknallt. Stars. Das ist Riesen 3 mäßig hier. So. Ah, easy. Das ist doch kein Problem. Alles gut, alles gut. Ganz gechillt, ganz gechillt, Leute. Krass. Dann haben wir hier noch jemanden. Habe ich das mit Diddy schon gemacht? Habe ich das mit Lenky schon gemacht? Ich weiß es gar nicht, wenn man euch so fragt. So. Wir gehen mal mit Lenky. Mit denen haben wir es auf jeden Fall noch nicht gemacht. Und der hat ja auch noch ein paar Bananen zu rupfen. Hör, wo war noch was? Ich habe das jetzt wieder vergessen, obwohl ich es nicht vergessen sollte. Ach, von hier oben kommt man einfach hier rüber. Krass. Und ich habe schon gedacht, wieso kommt man manchmal einfach nicht rüber? Okay. Das ist... Oh, ach so, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Das ist, äh, mit Tiny irgendeinen Typen verprügeln, damit man wieder einen von diesen 40 Blauposen da kriegt. das habe ich doch nicht vergessen. Mensch, wie könnt ihr das nur sagen? Dedicom muss ich auch nochmal lang laufen. So, wo ist es? Matschbirne kommt hier oben. Zack, Lenky. Weiß Bescheid. Lenky ist mit seinen langen Armen ein bisschen gelenkig. Oh mein Gott, der war so schlecht. Gelenkigt. Krass, was ist das nicht genug? Muss ich jetzt wieder raus? Das finde ich Mobbing. Aha. Anscheinend brauche ich davon was. Guck mal, Waffenkisten mit Obst. Aber nicht schlecht. So, was bist du denn? Achso, ich habe ihn schon getötet. Krass, dieser, dieser, dieser dicke Krokodil, der erinnert mich an einen Kumpel. Dieses dicke Krokodil. Sie sieht so ungefähr genauso aus wie der mein Kumpel. Name werde ich nicht erwähnen, aber lach drüber, weil es ist echt witzig, wie verblüffend ähnlich die sie sehen. Ja, mal blind eine Granate reingeschmissen. Achso, der benimmt sich sogar so. Lustig. Joholla, die Waldfee. Ach, ich habe seine Spezialfähigkeit nicht. Es ist traurig. Was für eine dramatische Musik. Oh, da war was. Ich habe was blaues. Leuchten sehen. Äh, blind? Warte mal. Ich dachte, ich habe blaue Banane irgendwo gesehen. Ich bin bescheuert. Ah, Minispiel-Time schon wieder. Welcome to Bonus-Stage. Fliegende Fliege. Schon wieder das? Ich hasse das. Erwische die Fliegen. Ah, um die Fliegenklatsche einzusetzen. Das ist so dumm. Hey, komm her. Nein. Nein. Ich werde ganz gechillt. Hallo? Warum ist die erste für mich immer so schwierig? Kein Wunder. Okay, Pia. So schnell. Ich bin scheuer. Ey, voll Glitch. Alter, danke. Zwei. Drei. Verarsch mich nicht. Zack. Dankeschön. Meine Fresse. So schlimm müsste das gar nicht sein. Puh. Banane. Yeah. Fünf, zwei, zwei, zwei. Yeah. Weiß ich schon nicht. Meine Fresse. Nemesis muss hier eigentlich nicht auftauchen. Mä. Duh, Duh, düh, den, düh, 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 Alter, Falter, sie lesig ähnlich. Das ist unfassbar. Hahaha. So, Attack! Das habe ich schon bei irgendeinem Bild, Vorschau-Bild von Donkey Kong gedacht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ob ich das mit Diddy schon gemacht habe. Und, ja. Aber mit Chunky habe ich es definitiv... Oh nein, Donkey Kong, ich sehe da noch etwas für dich. Das ist doch ein Hinweis locker, oder? Dass man mit denen da noch mal hin muss. Ich versuche das jetzt mal. Mal gucken, was passiert, wo ich gelandet bin. Okay. Alles klar, ich verstehe schon. Ach, Tiny hat da auch noch Bananen. Sehr gut. Junkie, Junkie, du bist dran. So. Mit Diddy habe ich das locker doch auch schon gemacht. Oder? Aber ich habe seine Bananen hier noch nicht. Doch, ich bin mir sicher, dass ich das mit Diddy gemacht habe. Mit Diddy war ich halt einfach nur nicht hier oben, weil der braucht hier oben ja nichts machen. So. Bazooka-Pooka. So nennt man diese Technik. Bazooka-Pooka. Attack. Nimm die Waffe weg hier, danke. Die durch die Wand glitschende Waffe. Zack. Bin gespannt, was mich hier erwarten wird. Das ist eine Treppe. Kannst du die nicht ordentlich benutzen? Nein, der muss... Huch, ich habe... Irgendwie habe ich das nicht gereilt. Nimm das. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Es ist nicht Schlafenszeit, Junkie. Hör auf damit. Was für ein Affenstall hier. Guck mal, der linke Weg ist richtig. Der leuchtet nämlich. Hä? Was ist das denn jetzt? Oh, ist der schnell. Zack. Hast du den gesehen? Würde man mir gar nicht glauben, wäre das nicht live am Kamera. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Mann. Aber gut, solange es funktioniert, ist es ja in Ordnung. Bum. Brang. Brang. Bagger, seine Dings sind ganz schön schnell unterwegs hier. Kommt der locker gleich oder fliegt der einmal rum? Loll. Ah, okay. Zack. Ich... Ey. Glaubt ihr mir, dass ich eigentlich nur den Blick einsetzen will? Na gut, dann schummeln wir uns hier mal durch. Kein Problem. Easy. Diese Musik, sie ist so unfassbar gruselig. Ich scheiße mir in die Hose. Oh, nicht schlecht. Dann, als wenn Krieg wäre. Ja, ey. Bring. Bring. Weh, ich hab bei irgendeinem was vergessen in dieser Höhle. Das wäre echt übel. Was willst du? Drehattacke. Drehkreisel. Du bist ganz schön stark, mein Freund. Doch, hier ist eine Blaupause. Sehr schön. Oh, Chunky hat hier Special Mäsche. So. Attacked. Burning. Was denn jetzt? Wo ist denn jetzt was aufgegangen? Lul. Verarscht. Spiel so verarscht. Das habe ich aufgemacht. Was ist jetzt aufgegangen? Das hier? Oh, yeah. Das ist nochmal eine Verarsche. Das ist nochmal so eine Stufe schwerer. Willkommen zu Bonnestage. Kremling-Crush. Treffe so viele Kremlinge wie möglich. Drücke, um Melonen abzufeuern. Die roden nicht, oder was? Okay. Shit. Okay, das ist... Dieses mit dem Nachhinein, das muss ich halt erst machen. Jawoll! Wow! Da musste ich mich konzentrieren. Es war wahrscheinlich nicht mal ansatzweise knapp. Aber trotzdem. Das sieht doch schon ganz gut aus. 50 Bananen. Ein Viertel der Bananen haben wir schon. Get out. Stars. Get out. Ach, der sagt get out. Das ist schon sehr verwirrend gemacht hier. Lass mich in Ruhe. Ey, ich wollte dir doch ausweichen, mein Freund. Los, zeig mal deine, dein Cardio-Training hier bitte. Komm schon, lass mich in Frieden hier. Ja, an sich sind die Wege ja eigentlich easy. Pass auf, und jetzt habe ich mich verlaufen. Ah, da ist er ja. What? Der Jump in die Freiheit. Doodle Jump nennt man das auch. Doodle Jump? Kennt ihr doch Doodle Jump? Okay, liebe Freunde. Der Part ist gleich vorbei. Aber erstmal hole ich Diddys. Ich habe noch was vor. Noch was vor, bevor ich den Part beende. Erstmal. Jawohl, Diddy. Um zu dir zu kommen. Du brauchst noch ein paar Bananen. Du bist zu schön schnell. Was für ein Arsch. Präziser Schuss, mein Freund. Respekt. Wie man heutzutage sagen würde. Oder gestern zutage. So. So viele schöne Bananen. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann hier schön abkürzen. Und dann. Nehmen wir die, dessen Namen wir hier erwähnen. Nämlich Tiny. It's tiny. Tiny to meet you. Zack. Mit Sport. Haben wir ihn ermordet. Sport ist Mord, mein Freund. Das hast du am eigenen Leib gespürt. So. Banana im Pyjama sind lustig anzusehen. Irgendwo hier ist doch so ein riesiger, großer Magger. Der will quasi auch sterben. Lass mich in Frieden. Danke, danke. Kann er mich mal bitte in Ruhe lassen? Da ist er, der Mann. Des Tages. Aber erstmal sammeln wir hier alles ein. Im nächsten Part können wir die ganzen Instrumente und so einen Scheiß holen. Ich habe vergessen, für jeden Mal nachzufallen. Was willst du denn hier machen, mein Freund? Das war Maschinengewehr quasi. Sehr schön. Hier muss ich noch Lanky nehmen. Hier muss ich noch Lanky nehmen. So. So. Ah, da ist Candy. Das machen wir im nächsten Part. Jetzt machen wir hier nochmal das, was wir hier zu tun haben. Lanky zum Beispiel seine Bananen holen. Laufen, mein Freund. Das macht Spaß mit dem so zu laufen, irgendwie. Keine Ahnung. Oh, schade. Ich dachte, ich schaffe es so. Aber war ja klar, dass ich das nicht packe so. Kamera, ey. Damalige Verhältnisse schon nervig. Dann braucht man einfach nur die drei hier, oder was? Okay, das ist draußen. Ich weiß es. So. Hier kann ich schon wieder wechseln. Ach, das ist Diddy Kong. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn das? Wo kann ich nochmal mein Dings wechseln? Zack, Mann. Was legst du dich überhaupt mit mir an? Da oben war das, ne? Auf der Seite? Na toll. Ist ja nervig. Natürlich reicht das nicht aus. Jetzt muss ich hier den Chunky-Junky nehmen. Die Chunky-Junky-Kirsche. Maga, gespring doch da rein. So. Sneed is Haku. Da muss ich die Sache auch nochmal ablegen. Scheiße. Warum tue ich das? Ich weiß warum. Weil ich keinen Bock habe, irgendwelche komischen Spektakelchen zu machen. Stört, mein Freund. Und gib mir meine Energie, die ich im Treibsand verloren habe. Weil Sand tut unter den Füßen echt ziemlich weh. Muss man echt mal vorsichtig sein. Und der Te... Maga, lass mich in Ruhe. Danke. Hier ist so ein Käfig mit dem... Dings. Und das kann doch nicht wahr sein. Ach, ich kann den so ja nicht nehmen. Deswegen war das ja so schwierig. Dankeschön. So, komm. Schaffen wir jetzt. Hm, 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 hm. So, Attack. Boah, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Ey, so schnell. War der eben auch schon so schnell? Ich weiß, dass er eben schnell war. Aber so schnell? Kann er mich mal bitte in Ruhe lassen? Wer wird seinem Erdbeben? Tut mir weh, ey. Hä? Mann. Was nervt ihr denn so rum? Wo ist der Stein hin? Wo bin ich? Och nein. So dumm. Falsche Richtung. Was für ein nerviges Ende. Ich weiß sonst nicht, was er tun muss. Oder muss ich den einfach werfen? Irgendwo gegenwerfen. Und ich versuche hier die ganze Zeit vollkommen... Du Wichser! Entschuldigung. Das war nicht sehr kinderfreundlich, was ich hier gesagt habe. Boah, krass. Muss ich das schon nochmal machen hier? Ich schaffe das locker gar nicht bis jetzt. Ejo, nervt doch einfach rum. Weil der Stein taucht ja auch immer wieder auf. So, ne? Lauf, mein Freund. Lauf, mein Freund. So. Das sah doch gut aus eigentlich. Ja, voll. Ja, es hat geklappt. Oh, der Part hat Überlänge. Sehr schön. Ist du mir leid? Jetzt muss ich aber was machen. ein Kremlingskracher? Kremlingskracher? Muss ich schießen, oder was? Überstehe die Attacke. Drücke B, um zu schießen. Ach, ich bin mit... Ach, krass. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich darf... Ich muss, äh... Einfach nur überleben. Irgendwie. Krass. Ja, ja. Ich weiß, wie das geht. Alter, wie schnell soll ich denn da schießen? Kann ich mich auch bewegen dabei? Nein, ich hab den Nein gedrückt, aus Versehen. Okay, gib's ihm. Kann ich auch bewegen? Ja, ne. Ich kann mich nicht bewegen. Krass. Hä, der trifft gar nicht, Mann. Was ist das denn für Scheiße? Willkommen zu Bonnestay. So. Loll. Ich bin so schlecht darin, anscheinend. Das ist ein ganz schön schweres Spiel für mich. Ja, okay. Ey, ich hab den doch dahingeschossen, Alter. Wie oft soll ich denn noch schießen, Mann? Los, Attack. Alles klar. Ich hab doch da... Regt mich das auf, krass. Ich glaube, ich hab es jetzt aber geschafft. Ja, muss ich mir das immer wieder anhören. Dankeschön. Das kann eigentlich direkt losgehen. 42 Sekunden? So kann ich es mir noch ein bisschen vom Leiber anmelden. Alter, Falter. Ah, komm, Alter. Diesmal. 10. Alter, der hat gerade so einen Dreher gemacht. Wo ich gerade gedacht habe, ist das dein Ernst? Starke Leistung. Es war so einfach und ich hab mich so schwer getan. Na gut, liebe Freunde. Oh, Banana. Ja, Banana. Vier Stück schon bei dem... Äh. Damit wünsche ich euch ein wunderschönes... Äh, wunderschönes Ende vom Park. Äh, äh. Bis zum nächsten Mal und... Ciao. Brofest.